Moin Moin, herzlich Willkommen zu einer Runde Mörder. Victor ist es, Victor ist es, um Gottes Willen. Hey, warte mal ganz kurz. Nein. Ja, wieso? Aber warum? Weil du ein Messer in der Hand hast. Ich bin's grad wirklich, aber ich hab das Messer nicht in der Hand. Ich hab wieder geraten. Guck mal, ich zück das jetzt. Victor ist es. Victor ist es. Ich bin es wirklich, aber woher weißt du das, wenn du die verraten hast? Nee, aber ist doch komisch, dass man nicht mal die Knarre trotz alledem sieht. Ich bin nachher in der Kirche. Jetzt wollte ich eigentlich vorlesen, wer alles dabei ist, aber hört ihr ja selber. Ihr kennt uns ja auch schon. Die dürfen ja alle nicht mehr reden. Oh, oh, ich hab den Mörder gesehen. Also. Hau bloß ab, ey. Quebec! Nein, nicht Quebec. Victor. Oh, es klingelt. Hallo? Hallo, ich bin's. Nein! Ah, lass dich verraten. Oh, great. Hat trotzdem geklappt. Aber ich hab noch die Hand am Telefon. Ich schrei noch. Ich schrei noch. Ich dachte vielleicht ist es wieder so ein Bug, weil ich... Ich lege nie auf. Ich lege nie auf. Weil ich hab mir Waffelwechseln jetzt auf die Maus gelegt, so weißt du? Boah, clever. So richtig Pro-Gamer mäßig. Echo! Was hat... Alter. Echo mäßig. Golf ist schon tot. Wieso kann man das nicht nehmen, das Ding? Weiß ich nicht. Weil das schon weg ist. Achso. X-Ray ist tot, Leute. Ich kümmere mich drauf. What the fuck? Kilo. Hier ist alles tot. Hier ist eine Idee. Denk dran... Denk dran, dass... dass immer von der V-Runde immer noch eine Leiche oder zwei rumliegen kann, ne? Ja. Hier liegen immer ein paar mehr. Hier ist doch ein Hinweis. Kann ich den nicht aufnehmen. Weil... Wer ist das? Achso, das ist die Dings hier. Wer ist nix sagen. Der ist unsichtbar, aber... Ja, den Krieg kann ich auch nicht aufnehmen, denn du musst... Das ist grünes Licht. Jemand hat schon die Musik angemacht? Gibt die schon? Ja, das ist mein Hinweis. Wenn's geht. Ähm, den Krieg ist great. Mhm, 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 mhm. Aha, wer sunkst denn da so? Ganz böse. Ich... Fotztrott! Fotztrott nicht die Tor drum. Uniform, lieber Gott und Höhl, weiß nicht. Du darfst mich grinsen. Das Tor rost dich auf, das müssen wir mal ölen. Okay, lieber Gott, grins. Oh, hier ist doch ein Hinweis. Manche nennen dich Gott. Wer hat denn hier wieder so gejault gerade? Der Vita-Wolf. Ah, ja. Stimmt, macht's Sinn. Was war denn dieses Mädchen da? Ja, von wann liegt der denn hier noch rum? Von letzter Runde, oder was? Aber wieso dauert das so lange? Echo ist es. Echo grün, Echo grün, Echo grün. Schnell, lauf zurück. Echo hellgrün. Limettengrün, wie auch immer. Helles Limettengrün. Da ist er vor dir. Da ist er vor dir. Also gibt's denn hier wieder keine Hinweise, ey. Ich find hier gar nix. Oh Gott, er gibt das auch tot. Kilo, hast du ne Waffe? Hast du ne Waffe, Kilo? Also ich steh hier auch noch irgendwo rum, aber ich hab auch keine Hinweise. Echo! Ey, wie schlecht! Mikrofon muted. Aber das kann ich nicht bringen. Ich versuch hier gerade zu springen und jetzt vernebe ich die Waffe hier irgendwo. Also Echo, ja? Oh, ja. Und ich hab nicht mal ne Ahnung wo. Welche Farbe hat ein Echo? Oh, sehr englisch. Äh, grün. Wurde gesagt. Hier ist schonmal ein Uniform. Aber hier ist nix Pistole. Warte Pistole. Warte Pistole. Wo ist denn der? Da ist was, was braunes. Braunes, ja aber was grünes suchen wir. Ja, ich bin was blaues. Ich bin was braunes. Ja, ich bin was braunes. Ja, irgendeiner von euch würde ja getarnt sein. Achso stimmt, da gibt's ja Hinweise. Ja, wenn nur wir drei leben, dann ist es ja hier Yankee Braun. Äh, ja. Hat jemand ne Pistole? Das hohe lag da doch vorne. Geh weg Yankee. Ah! Ach Mist. Oh nein. Alter. Das war alles ab sich. Ein Haar hätt ich nicht neuer verstanden. Wieso bin ich dir eigentlich gestorben als ich gerade durch den Brunnen gesprungen bin? Normalerweise stimmt das auch nicht. Nein, das war ich unter dir. Verdammt. Ich dachte schon so, what the fuck. Herrlich. Hat er sich gedacht, ey, eigentlich hätt ich die ganze Runde wenden können, wäre ich nicht mit diesem scheiß Brunnen gestorben. Ich hab grad echt gedacht, das kann auch eine blöde verbackte Brunnen. Ja. Gewitter. Gewitter. Und Gewitter. Wo? Quebeck ist Traitor. Ja, Quebeck. Quebeck blau, blau ist er. Ja, Peng. Ah ne, warte, ich muss da messern. Quebeck, eh. Schlitz, Krach, echt. Ich hab gerade einen Hinweis aufgenommen, ohne dass ich einen Hinweis bekommen hab. Gut gemacht. Ist das gut? Ihr schreit nach Bugs. Hier liegt jede Runde X-Raper rum. Warte mal, Alpha? Alpha ist schon tot. Ich denk immer, dieses blöde grüne Ding ist ein Hinweis, das ist so nervig. Ja, hier sind einige grüne Dinger. Ja, irgendwie schon. Ach. Hier keine Hinweise. Quebeck blau war ich im Untergrund. Da kann nur der Traitor hin. Immer noch rum. Wie ist die Musik jetzt alle? Telefon! Quebeck blau! Weiß nicht, Lima. Das ist doch nicht Quebeck? Tango lila! Tango lila! Tango lila! Tango lila! Tango! Ich komm nicht weg, aber es ist trotzdem Tango. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Der Club der Tangoianer? Tango lila ist es, hast du gesagt, ne? Ja! Ja, da ist er ja! Verdammt! Ja, da sehe ich ja schon die Gestalt gewechselt. Wer lebt noch von euch? Ich. Ich nicht. Ich brech mal jetzt die Regel. Welch, weiß einer, was Vita gewesen ist, bevor er gestorben ist? November, glaube ich. Er ist, der Traitor ist jetzt lila. Also hat so lila Klamotten an. Der Murder ist jetzt lila. Kommt jetzt gleich unten bei dem Ring-Mädel raus. Okay. Da läuft ja Rotes. Da kommt ja Gelbes. Da ist er! In der Kirche. Was? Wieso November? Wieso November? Oder? Oskar? Hä, wer denn jetzt? Na, hat er schon wieder gewechselt. Oh, ich gehe jetzt einfach irgendwo hin. Ach, scheiße, die Spuren. Rams, du hast die Knarre, oder? Nein. Ich verstecke mich nur. Rams, dann hast du die Knarre. Nein. Wenn wir nur noch zu viert sein sollten, dann ist es Angel. Da muss ich irgendwo rumliegen. Dann ist es Echo. Ne, Echo ist da, Lu. Ich habe ihn gerade entcharnt. Richtig. Nämlich immer so rum. Ich bin auf der Kirche. Es war mal Quebec Blau. Wer hat gerade einen Hinweis eingesammelt? Ich war das. Warum? Ja, weil man das wissen muss. Wie viel... Ich werde jetzt verfolgt von Gelb. Ich werde jetzt von... Ich bin Rot. Kann ich nicht. Wenn ich tot bin, ich war Rot gewesen. Das heißt, er könnte halt meine... November-Gabe, der Echte ist tot. Okay. Okay, dann ist es Anne. Wer ist das? Welche Farbe? Oskar. Hier, außerhalb der Kirche, kommt irgendjemand November schon wieder. Was macht denn der? Das ist Krabs, oder? Lima. Nein, 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 nein. Lima ist schon lange tot. Nein! Cop out! Hat er schon. Er hat geschossen. Nicht, nicht, nicht. Ist in die Kirche wieder reingerannt. Nee. Nein, hier draußen ist er beim Brunnen. Ja komm, ich komm. Der ist wieder reingegangen. Jetzt hinten. Hier raus, hier Granz. Hinten links, hinten links. Na komm, er kommt jetzt. Schau, da lang ist er auch gerammt. Das meinte ich. Messer wurde geworfen, Messer wurde geworfen. Er ist in der Kirche. Ja. Jagd ihn. Nein, jagd ihn. Granz, wenn du noch einen Hinweist, ich sammel ihn nicht ein. Sag mir lieber, wo er ist. Wer ist es nochmal? Ach, Echo. Ich bin Echo. Niemand. Shit, ich hab ne Waffe, ich brauch Hilfe. Ich bin im Autohausen vor der Kirche. Du bist so tot. Nein. Oder wohl Anne trifft nicht, ne? Nein, nein. Anne ist hinter dir. Anne ist immer noch in der Kirche. Anne geht wieder zurück. Anne ist vorne vor der Kirche. Ich hab Anne genau im Blick. Auf welchem Ausguck sitzen du? Ja. Ich seh alles, Späulein. Sie ist immer noch bei der Kirche. Da vorne, rechts, links von dir. Da kommt sie. Da links. Doch, da ist sie. Sie guckt mit dem Messer. Sie will es nach mir werfen. Weiß ich nicht. Ja, die Nummer. Das guck ich mir an, ey. Oh, das ist ja spannend, ey. Direkt hinterher, ey. Eiii! Dalo, du hast doch gesehen, wo ich die ganze Zeit war. Da lag auch die Knabe. Ja, aber da hatte ich ja schon ne neue. Da war ich ja schon weg gewesen. Boah. Ich wollte, ich hab gehofft, Grenz hat das gesehen. Ich hätte auch gehofft, dass Grenz sich mal bewegt und die Knabe holt. Ich bewege mich da gar nicht. Die war ja nur irgendwie 20 Meter von ihm entfernt. Aber ich stand ja da und hab gekämpft. Ich hab gesehen, wo der sitzt. Da muss ich mich echt zusammenreißen und konnte ein bisschen pusten. Ich hab die Runde gewonnen. Nein, das wird rausgeschnitten. Ja, das wird eine Runde sein in meinem Leben. Ach, Quatsch. Hätte Dalo mich nicht da in der einen Runde so ausgetrickst mit Kuckuck und dein Gesicht? Aber nein, Kuckuck. Wie, was? Ja, wo du da hinter die Hände und so durch die Ecke so BOM. Was, India? Was, India? Rot, India? Wer ist es? Ich bin übrigens, äh... Ich bin übrigens, äh... In den Grund gesprungen. Ja. Dann muss er auch tot. Sehr verdächtig. Ich bin für noch eine Farbe. Rot. X-Ray Blau ist tot. Hey, India. Hey, India, ey. India tradert hier rum. Geht bei der Kirche einfach vorbei, ohne zu beten. Und jetzt springt India in den Brunnen, in den Brunnen. Achtung, India ist bei mir. Das ist der Falsche. Einfach so tot? Wenn ich sterbe, ist es India Rot oder so. India Rot ist es auch. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. X-Ray, X-Ray, es ist X-Ray ein Messerschein. Wo ist er denn? Uniform, bleib hier bei mir. Falscher India Beat. Uniform, wo gehst du hin? Da kommt er. X-Ray, das ist er, das ist er. Ja, ja, X-Ray, verdammt. Der trifft ja gar nichts. Ja, aber ich sehe. Der trifft ja nichts. Der trifft ja jemanden Scheutz. Wo ist er denn da, Lu? Unten in der Kanalisation. Uniform, wieso gehst du weg? Geh mal ans Telefon, X-Ray. Jetzt nimm doch den Hinweis da auf. Ist es India? X-Ray, die Polizei ruft an. Geh mal ans Telefon. Wo gehst du hin? Wieso kann ich den Hinweis nicht nehmen? Das ist nur Licht. Grans, hast du die Gun? Ja. Wo bist du? Ich hab mich versteckt. Wer bist du denn, Grans? Sag ich dir nicht. Ja, Grans, aber gib mal einen Hinweis nur, damit ich weiß, ob du sterben solltest. Bei der Kirche. Wie heißt du, Daniel? Ja, da in der Nähe. Ich bin der andere India, den alle beschuldigen. Ach, der denn hier gerade an mir vorbeigehalten? Nein. Ich bin Tango und ich bin... Tod. Sag ich... Du bist Mörder? Was? Du bist echt Mörder? Oh Gott. Hätte ich das nicht gedacht. Alter, ich hab den fiesen Gartenzwerg aus Left 4 Dead gefunden mit rotleuchtenden Augen. Den fiesen Fettsack. Sack, stirb. Lass mich raten, ich kämpfe von der Kirche. Von der Kirche? Nee. Von der Kirche. Ey, wer ist denn da hinten? Wer ist denn wo hinten? Es kann doch wieder nur der Mörder sein. Der gerade jetzt springt. Ist es Uniform? Äh, Uniform bin ich. Ah, okay. Wo gehst du hin? Ich suche Hinweise. Uh, gefunden. Oh, die Zeit vergeht aber schnell, ey. Na, stimmt. Kann ich hier gleich einfach mal jemanden abknallen, bitte? Wer ist denn jetzt eigentlich der Mörder? Ach, ihr India, Lula. Hab ihn! Ich hab's doch für gemessen. Alter, du bist doch nur am, ähm, campen, Granz, ne? Ja. Äh, herrlich. Aua! Camper, Camper. Granz, wer bist du? Wir wissen, wie du da hochkommst, deswegen. Wie wär's denn? Kein Mörder, wenn er die ganze Zeit da oben sitzt. Nee, ich hatte ja die Dingens. Gewitter! Hablom, Lima. Nein, Gewitter! Was, Gewitter? Gewitter! Papa, Papa, ich hab Angst. Es gibt Gewitter. Papa! Papa! Hi, nein! Das Telefon klingelt. Romeo, was tust du da? Warum haben wir eigentlich keinen Anrufbeantworter? Dali! Ein Hinweis, ein Hinweis! Ey, guck mal, hier ist ein kleines Mörderschild dran. Steht da drauf, wer es ist? Ja, Romeo. Es ist Oskar! Was? Steht da drauf? Ja, stand da. Oskar mit den Scherenhänden. Oskar kommt, Papa kommt. Juli hat versucht auch da hochzukommen. Tötet ihn. Kommst du da hoch? Das geht. Lima will mir als Leder. Noclip aktivieren. Weiß keiner. Kommt der in der Hochbitte von dem Grabstein oder was? Wer ist der Mörder jetzt? Du! Papa. Lima wahrscheinlich. Nö, ich bin's nicht. Oskar und Charlie. X-Ray! 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 X-Ray ist es wirklich! Hellgrün! Ah, hinter mir her. Der kommt mir entgegen, der kommt mir entgegen. Geh weg! Geh weg! Mach dich nicht, Charlie. Ich vertraue dir nicht. Ja, aber hinter mir war gerade X-Ray. Er ist unten! X-Ray ist unten unten noch. Also Vita ist es nicht. Vita ist es nicht. Wer hat die Waffe? Ich schaffe es gerade noch rauszukommen in der Kirche. Er ist genau hinter mir, Leute. An diesem... Da! Da ist er. Ab ihn. Ah, nice Charlie. Das war mal random, ey. Was? Der kill war ja random. Er kommt da raus. Nein! Ich hab gesagt, ich komm da jetzt hoch und er ist hinter mir. Ach so! Voll geil! Bam! Hat auch gar nur selber ein Weingestellt. Nein! Ja, wenn du auf random kill stehst, dann ja. Ich hab's falsch verstanden. Ich dachte, nein! Das du gesagt hast, er kommt jetzt da hoch. Oskar Kackbraun da! Ja! Oskar Kackbraun! Ja! Oskar! Bestätige, es ist Oskar Kackbraun! Hat der eine doch gerufen. Da kommt er raus. Hier ist schon einer getötet worden. Quasi wirklich Oskar aus der Mülltonne. Was? Na ja. Immer den Braunen. Wie! BAM! Oh echt? Hast du das Grants schon wieder? Grants hast du die Waffe? Nein, ich hab die Waffe nicht. Kommst du da hoch? Dann ist die Waffe down. A Zero, ist das Event so schnell! Die Waffe ist down. Die Waffe ist down. Ja. 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 Da kann nur der Mörder rauf. Auf. So voll, Alter. Ich glaub nicht. Oskar, nein! Waffe! Oh! 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 Ich hab mich so abschweigen. Stu MLG for you. Ich hab mich auch hinten in den Stuhl gebracht. Aber nicht schlecht, ey. War dein erstes Oskar Braun eigentlich geraten mal wieder? Nee, du hattest noch einen umgebracht worden. Ja, ich hatte Anne schon getötet. Ja, mich war der schon an. Ich war's ja. Nee, aber Grants. Ich war's, ja. Und der hat mich verfehlt und dann bin ich abgehauen. Ja, genau. Und dann hab ich den hinter dir einfach erwischt. Das war ich dann. Ah, okay. Eiskalt ausgenutzt, dass Anne was zu trinken holen wollt, ey. Kleine lachende Mädchen. Tango ist es? Tango Orange? Warum? Weil du noch ein Krater gesehen hast? Uniform. Ja, ich hab dich auf eine Karte gesehen. Ey, ich glaub es ist Uniform, weil der hat hier grad den Hinweis nicht eingesammelt. What the fuck? Und zu mir ist der... Ach so, du bist das. November! Ey, Viktor! Drei Grüne. Drei Grüne unten. Einer von denen ist es. Geh noch mal einer ans Telefon. Also man hört nur einen Weg da. Vielleicht ist es ja Viktor. Es ist Teleshopping. Meine neue Bluse ist angekommen. Stell mir was vor, ey. Ey, da wurde schon ein Cop Out gemacht. Jupp. Ja, aber... Hast jemand erwischt? Weiß ich nicht. Uniform ist bei mir. Hilfe! Tango! Hilfe was? November. Viktor, Viktor Grün. Krabs? Nein, schon gut. Ach, hier seid ihr alle. Ich hab mich schon gewohnt, ne? Es ist Whisky! Lauf! Lauf! Uniform! Lauf! Lauf! Schneller, Echo! Wo ist Whisky? Ich? Oh Gott! Nein! 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 Was ist das denn jetzt? Was? Ähm, ja. Viktor oder wer? Ich renne dann mal. Ja, hier bin ich sicher. Ja, hier bin ich sicher. Da kommt... Wer ist jetzt der Killer? Hallo? Ain't no murder here. Ja, Whisky wurde gerufen, aber ist ja mittlerweile schon lange nicht mehr wissen. Aber er war grad hier unten hinter mir und wollte mich töten. Ich stand auf der Leiter, darum konnte er mich nicht töten. Kann er. Ja. Wieso von unten, wenn er nicht an mich dran kommt? Natürlich. Er kann ja die Leiter auch hochklettern und nicht einfach messern. Ja, aber wenn er auf der Leiter draufsteht, kann er das Messer nicht zücken. Weißt du, was das Problem ist? Natürlich! Wenn du das Messer wirfst und das backt in die Wand rein, ne? Machst du gar nichts. Du kannst es natürlich auf der Leiter messern. Kilo ist auf jeden Fall tot. Falls Kilo auftaucht irgendwo bei euch, der ist tot. Das ist Whisky und der lebt noch. Das war tot. Uniform orange ist auch tot. Uniform orange ist auch tot. Oh, nicht gut. Ja! Ja! Erstmal Hit Detection für den Arsch. Victor Grün ist auch tot. Wer lebt denn jetzt eigentlich noch? Aha. Ich lebe noch. Kann ich die? Bist du der Killer, ja? Nein. Ja, natürlich. Das hört man über die an der Stimme. So geil. Glaubt ihr? Was glaubt ihr nur? Bin ich aber nicht. Nein, hau ab! Ich will ich nicht sehen. Geh weg! Hey, den will ich haben. Whisky Blouses, Whisky Blouses. Hau ab! Öh. Ach, jetzt musst du dir aber auch mal die Waffe umhlen. Mann, das läuft das jetzt nicht. Hier schon irgendwo. Hm? Hm? Mikrofon aktiviert. Willst du? Woher? Gott, wohne scheiß Töne, ey. Gott, wohne scheiß Töne, ey. Ach, verbuggt hier. Gängst du best, oder was? Nee, aber ich kann den Hinweis nicht aufnehmen, der hier oben drauf liegt. Ah, okay. Du bist nicht bei dem Hinweis, den ich eben nicht aufheben konnte. Schade. Mikrofon aktiviert. Wo liegt denn die Waffe? Ähm, die liegt ziemlich genau im roten Brunnen. Im Brunnen? Im Blutbrunnen? Ja. Lässt du mich die holen? Ja. Bist du denn? Ich bin in der Kirche. Ich weiß nicht, wo du bist. Hast du mich gesehen? Nein. Ich seh dich. Hallo. Guck, guck. Buh. Wirf doch. Jetzt kriegt er Angst, ne? Wirf. Oh, nö. Hol doch die Pistole. Ich kann mich auch grad nochmal draufsetzen, wenn du möchtest. Warte, ich dipp die Pistole nochmal so ein bisschen. Oh. Ah, sieh, okay. Aber ich komm da ja nicht hin. Du bist ja viel schneller als ich. Ich geh jetzt weg. Ich steh jetzt an der anderen Seite der Kirche. Das glaub ich dir nicht. Dann guck um die Ecke. Okay, dass du nicht gekennst hin. Ja, genau. Ich steh wirklich hier drüben. Ich verspreche es dir. Also so Mörder-Ehrenworte. Wär natürlich scheiße, wenn die Pistole da jetzt nicht liegt, ne? Da ist keine Pistole. Das ist aber auch okay. Das ist echt doof jetzt. Gucken, wer schneller ist. Scheiße. Das war fies, ey. Das ist doch kacke. Die Nacht greift ja weiter. Ja, ich meine, du hättest mich auch nie gefunden. Ach, beim nächsten Mal bleib ich einfach da, wo ich bin. Dann dauert es halt mal ne 50 Minuten, wenn der Mörder sich nicht bewegt. Das war was fies, du ehrlich. Also ne zwei Stunden voll. Ich konnte ihm ja keine Chance geben. Mörder, du musst ehrlich sein. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Das kannst du nicht antworten. Als Mörder. Das ist ja gleich so, als wenn du so Spawns dir das Messer rausholt und sagst, tötet mich. Quareback. 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 Ich bin Quareback. Quareback. Quareback, kannst du mir das mal angeben? Hallo, gib mir mal den Einkaufswagen da hoch. Romeo, why are you so fast? Quareback. So fat? Was so fat? November ist so fat? Why are you so fat? Quareback redet einfach nicht mit mir. Ich bin grad voll weg gelaufen. Hallo. Hallo. Oh Gott, hallo November. Ich glaub Quareback hat sich gemutet aus Versehen. Ich hab mich gar nicht gemutet. Oh Gott. Unfair. Maus leer. Maus leer. Unfair. Maus leer. Sag's besser nicht wo du rumstehst. Das tut der Mörder dich. Ich muss zum Einkaufen. Ja. Alles wieder safe. Der Mörder hinter dich hat nur darauf gewartet. Ey Quareback verzieh dich da. Oh Einkaufswagen. Jetzt ordentlich shoppen gehen damit. Du kannst dich einfach auf mich stellen. Dann kannst du da auch schneller hoch. Romeo ist Mörder. Romeo Lila ist Mörder. Und danke fürs Blocken. Und wo ist er? Ey verzieh dich vorher weg. Die Sache ist man kann irgendwie nie so wirklich dadurch Aussagen trauen. Aber ich... Was war das jetzt? Quareback Lila oder so? Ey. Ey Romeo war das. Romeo ist auf jeden Fall tot hier unten. Ey Juliet ist es. Ich hab keine Pistole. Juliet ist es. Ja. Aber wer hat da geschossen? Wo ist die Pistole hin? Hier sind voll viele tot im Keller. Nein. Nein. Du tust er auch. Nein. Letzte Runde. Nice. Nice Runde. WP. Gigi. Boah ich war nicht einmal Mörder die ganze Folge lang. Okay er ist jetzt Mörder. Oh Craps. Dafür töten wir dich jetzt gleich als ersten. Armes Craps. Letzte Folge schon 8 mal Traitor gewesen. Ist okay. Ist das? Tango ist es. Tango ist es. Traitor Menü. Traitor Menü. Traitor Menü. Traitor Menü. Ich glaub der hat dir AWP gekauft. Ja. Ich denke schon. Wie ein zweites Messer. Geil. Kannst du jonglieren mit. Kannste eins werfen. Das könnte Charlie sein. Ist definitiv Uniform. Uniform. Achtung Vorsicht. Uniform. Uniform. Ich denke es ist Miko. Uniform auf jeden Fall. Meins Uniform. Wie ich immer dich erwischt darf ich ja wenn ich jemanden verfolge. Wow da kommen sie alle raus ey. Ist auch ein bisschen gruselig. Bleib stehen da on your. Nein Mum. Vor allen Dingen stand da noch hinter mir. Hau ab du. I will never let you go. Ich hab nen Stalker. No Stalking please. Der macht vor allen Dingen immer die Golf ist hier unten. Ich finde es sollte neben Mördern weiß dann aber Stalker geben. Hier ist hier immer totes. Echo Grün ist tot. Echo Grün ist tot. Wenn wir Echo Grün sind töten wir ihn. Ich denke es ist Golf gewesen. Ne ich weiß. Ich will jetzt mal auf Golf aufpassen. Und Sierra Blau ist hinter Golf her. Also Sierra wenn du die Waffe hast umlegen. Wissen wir nicht. War artig dieses Jahr. Der war das. Der war das. 100 pro hier. Der ist das gewesen. Könnte auch Uniform sein. Ja Uniform ist es definitiv. Den können wir nicht schon. Er ist jetzt in der Kirche der Mörder und hat lila Klamotten an. Gut. Aber meinst du das? Habe ich ihn gesehen. Weil er es ist. Was warst du denn da oben? Weiß nicht welche Klamotten ich anhab. Denkst du jetzt nicht kommen da durch Grants? Scheiße wegen dem fucking Hinweis hast du mich gesehen. Es sind alle an mir vorbei gerannt vorhin. Ja ich hab dir vorhin spectated. Ich hab dir vorhin spectated. Äh ich hab dir vorhin spectated. Da hast du da auch schon rumgehangen. Ne. Ganz kurz. Aber er hätte dich da. Ne auf dem Blitzzaun warst du. Aber da hätte er dich tatsächlich nie gefunden. Das stimmt schon. Achtung Echo grün ist hier. Man kann diesen fucking Hinweis auch nicht nehmen. Ne ich hab es auch gerade versucht aber es ging nicht. Wer ist es denn jetzt? Weiß nicht. Wie was? Hier war Misu? Lebt noch jemand außer mir? Friends? Charlie ist es! Ich mach das jetzt genauso wie vorhin. Da muss man mich halt finden. Ha. Was macht der denn? Kauf den Radar. Hab ihn! Ah ich hab grade geworfen! Schön! Bis zum nächsten mal! Bis bald! Tschüss! Tschüss!